Ich fände schön, die Lanzen muss ich noch brechen, wenn Marco Reus das entscheidende Tor morgen Abend schießt und Borussia Dortmund weiterkommt. Weil der sitzt aktuell nur auf der Bank. Ich verstehe nicht ganz, warum, bin ich ehrlich. Ist eine absolute Vereinslegende. Er ist immer noch sportlich, finde ich, in der Lage zu helfen. Und was da gerade mit ihm passiert, gefällt mir überhaupt nicht. Muss ich ganz klar sagen. Gut, dass du es ansprichst, Marco Reus. 90 Minuten auf der Bank gegen Gladbach. Davor in den Spielen auch nur kurz einsetze. Ende offen, wie es am Ende der Saison ausgeht. Zeichen stehen aktuell nicht auf Vertragsverlängerung. Hängt meiner Meinung nach völlig davon ab, wer nächste Saison Trainer bei Borussia Dortmund ist. Also ich lehne mich so weit raus und sage, wenn Edin Terzic Trainer bleibt, ist Marco Reus nicht mehr bei Borussia Dortmund. Wenn Edin Terzic nicht Trainer ist und jemand anderes kommt, dann ist die Chance da, dass Marco Reus bei Borussia Dortmund bleibt. Das glaube ich. Es wird ja schon immer so ein bisschen berichtet, dass das Verhältnis nicht das Allerbeste zwischen den beiden sein soll. Was weißt du da aus Reporter- und Insiderkreisen? Ja, das Verhältnis an sich ist okay, aber es ist vielleicht nicht das Osigste. Aber das große Problem ist einfach, dass viele Spieler, und das war ja in dieser Saison beim BVB schon oft bekannt, nicht so mit der taktischen Herangehensweise von Edin Terzic einverstanden waren. Es gab auch mal Spieler, die Info hatten wir ja ganz klar bei Sky, die auch mal dann gesagt haben, hey Trainer, so geht es nicht. Wir stellen uns das anders vor. Wir müssen offensiver auftreten. Die auch mit Hans-Joachim Watzke damals gesprochen haben. Und dementsprechend, nicht jeder Spieler hat das beste Verhältnis zum Trainer. Es hat durchaus auch gelitten. Es gibt auch Spieler, die sagen, nein, mit dem Trainer kann ich mir das nächste Saison nicht vorstellen. Aber am Ende wissen wir auch, wenn es nicht so gut läuft, dann wird es immer Spieler geben, die mal ein Problem mit dem Trainer haben und andere vielleicht weniger. Von daher, am Ende muss der Verein entscheiden, wie er weitergeht. Aber Fakt ist, der Fußball generell, den Borussia Dortmund in dieser Saison spielt, den ich sehe, der hat für mich nicht ganz so viel mit dem Fußball zu tun, für den Borussia Dortmund in den letzten Jahren stand. Und das fehlt mir. Würdest du dann mit Reus auf der Zehn spielen, wenn du sagst, Beinogittens und Branden müssen auch spielen, oder würdest du Reus von der Bank bringen? Mir geht es gar nicht darum, dass er um die Anfang an... Ich finde Marco Reus immer spannend. Marco Reus ist für mich immer ein Spieler, der in einem Spiel etwas Besonderes gibt, der immer Momente hat, die andere vielleicht so nicht haben, der eine unfassbare Schusstechnik hat, der ein Gefühl für Räume hat. Das ist einfach ein Spieler, den kannst du immer gebrauchen, ob von Anfang an oder ob du ihn reinwirfst, für fünf Minuten, für zehn Minuten. Ihn aber gar nicht zu bringen, da habe ich gar kein Verständnis für. Das verstehe ich nicht. Hat ja auch einen gewissen symbolischen Wert, gegen seinen Ex-Verein, Borussia Mönchengladbach. Nee, natürlich. Ich meine, hör mal nur bei den Fans rein, wie die das finden, dass Marco Reus gerade überhaupt nicht mehr spielt. Also ich habe keinen gehört, der gesagt hat, yo, finde ich cool. Gibt es nicht. Jetzt würde mich bei Michael interessieren, der so eine Position auch schon bekleidet hat. Du hast jetzt so einen Spieler, der eine Vereinslegende ist, der sich in der Vergangenheit auch klar zu deinem Verein positioniert hat. Es gab ja mal die Situation, wo Marco Reus seinen Vertrag verlängert hat, als Borussia Dortmund sogar in Abstiegssorgen war zur Hinrunde und er als Zeichen für den Verein seinen Vertrag verlängert hat, obwohl er bestimmt auch damals die Möglichkeit gehabt hätte, zu anderen europäischen Topklubs zu wechseln. Wie muss man in so einer Situation damit umgehen? Weil einerseits, natürlich, Marco Reus ist einer der Topverdiener, ich glaube sogar der Topverdiener immer noch bei Borussia Dortmund, ist leistungsmäßig nicht mehr auf dem Niveau wie vor einigen Jahren noch, weil er natürlich auch ein gewisses Alter mittlerweile hat. Wie findet man da den richtigen Mittelweg, dass man so einer Legende auch mit genügend Respekt gegenüber tritt, aber auch zeitgleich nicht aus den Augen verliert, was dann der sportliche Mehrwert von so einem Spieler noch ist? Zunächst mal ist es total schwierig, den Moment immer zu erwischen. Wann gibt es vielleicht auch mal bei einem Spieler? Zum Thema Marco Reus. Es hat Jahre gegeben, da war Marco Reus für mich einer der Top-3-Spieler in der Bundesliga. Und ich bin überzeugt, dass er nach wie vor auch, wenn er von der Bank kommt, weil er diese hohe Identifikation und diese Klasse hat, noch mal etwas ganz Besonderes bewirken kann. Da bin ich ganz nah bei dir. Was ich nicht glaube, ich glaube definitiv nicht, dass Edin Terzic nicht den entsprechenden Respekt Marco Reus gegenüber besitzt. Edin ist sowieso ein Typ, der Menschen mag, der Menschen schätzt und der mit diesem Klub sehr verbunden ist. Ich bin mir ganz sicher, dass der Marco Reus auch schätzt. Aber es ist natürlich auch eine Konkurrenzsituation. Es sind sehr viele starke Offensivspieler in den Positionen, die Marco Reus auch innehat. Und dann immer das richtige Maß zu finden, da geht es auch nicht darum, was du mal in der Vergangenheit geleistet hast. Wie gesagt, ich war bekennender Reus-Fan über viele Jahre und mag den Spielertyp einfach, weil der hat immer noch so etwas Rotziges, so etwas Straßenfußballerhaftes bei aller Klasse, die er hat. Und ich wünsche mir auch, würde mich total freuen, wenn du mit deiner Prognose, dass Marco was Entscheidendes macht, recht behältst. Aber fehlenden Respekt von Edin schließe ich aus. Hättest du ihn eigentlich gerne damals zu Bayern geholt? Marco Reus haben wir versucht, nach Leverkusen zu holen. Ja, da war ich noch bei Bayern 04. Ah, nach Leverkusen aber, nicht nach Bayern. Nach Leverkusen, nein, nach Leverkusen. Wir wollten ihn damals von Ahn nach Leverkusen holen, aber hatten keine Chance. Er hat sich einfach committet dafür, Borussia Mönchengladbach. Und wir waren damals wirklich gut, hatten viele gute junge deutsche Spieler und er hätte bei uns perfekt gepasst. Und er hat mich damals schwarz geärgert, dass er nicht mal mit uns sprechen wollte, sondern gesagt hat, ich gehe nach Mönchengladbach. Also was machen wir mit Marco Reus? Sascha, gibt es ein Idealszenario, wie man das irgendwie noch gut zu Ende bekommt und ihm vielleicht noch seinen letzten Vertrag bei Borussia Dortmund gibt? Also ich glaube, geschenkt bekommen will er den selber auch nicht. Ich glaube, dass es ihm auch darum geht, ob er noch der Mannschaft was geben kann. Wenn er davon überzeugt ist, dann wird es vielleicht auch noch eine Möglichkeit geben. Ansonsten, ja, ich bin auch wirklich Fußballromantiker, aber am Ende muss ja immer irgendwo die Leistung an oberster Stelle stehen. Und wenn er der Mannschaft, wie gesagt, leistungsmäßig noch was geben kann, dann, warum nicht? Aber ich glaube, das wird er auch selber ganz gut einschätzen. Ich schätze ihn sein, dass er so erfahren ist und dass er dann auch einen richtigen Zeitpunkt für sich auch irgendwann findet. Kann er deiner Meinung nach noch das Niveau halten? Ich glaube schon, dass er immer noch einer Mannschaft das gewisse Extra geben kann. Ob es dann Woche für Woche ist, über 90 Minuten, dazu bin ich ehrlich gesagt dann zu wenig dran. Und in den letzten Wochen hat er wenig gespielt, deswegen ist es schwer, das zu beurteilen. Aber ich bin da bei Michael. Ich glaube, wenn Edin Terzic etwas ist, dann ist er fair und dann ist er jemand, der redet mit den Spielern und ihn da auch auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste und ich glaube, dass der Reus auch so einschätzen wird.